Döp, 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 döp. Ey, wir haben gesagt, nicht nach 16 Uhr! Du bist nicht mein richtiger Vater. Was? Mann! Ah! Ich mache Kunst! Ah, gib die her! Du benimmst dich wie ein Kleinkind! Du bist ein Spießer. Also, was gibt's heute? Du bist dran mit kochen. Äh, drei Tage altes Brot und Leitungswasser. Mit viel Kalk. Oh, super! Mein Lieblingsessen! Oh, Entschuldigung, wollte nicht stören. Moment mal, ist der tot? Oh, ist das eklig! Obwohl die Frisur gar nicht schlecht aussieht. Nein, sowas steht mir nicht. Oder doch? Mach zu, sonst wird er schlecht. Das ist der Nachtisch. Äh, ich kotze gleich. Okay, einmal noch. Ich arbeite so lange weiter, ja? Ach, das ist doch nicht dein Ernst jetzt! Wo hast du denn schon wieder Munition her? Auf der Dose, wo es steht, nicht reinschauen. Okay, ich hab dich unterschätzt. Jetzt ist es perfekt. Voila! Und jetzt übe ich noch meine Wrestling-Ruves. Ja! Ein Kopf als Nachtisch. Ich hab mir ein neues Rezeptbuch gekauft. Jetzt pflanz dich hin und lese mir das Rezept vor. Klar! Wird lecker! Von wem ist eigentlich das Rezept? Äh... Ey, das ist so krank und widerlich! Widerlich? Schön zu hören, dass meine Kochkünste für dich widerlich sind. Wenn es jetzt schon widerlich ist, einem Mann den Kopf abzuschneiden und ihn zu essen, ja, vielleicht bin ich dann widerlich. Ja, Moment, du hast ihn umgebracht? Natürlich muss ich den Typen erstmal umbringen. Meinst du, die gibt's bei... Rewe? Was ist denn los mit dir? Nein, was ist los mit dir? Alter, du kannst doch keinen Kopf essen! Wenn ich Vegetarier bin! Äh, nein! Alter, hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel Energie dieses Gehirn am Tag verbraucht? Wirklich viel, enorm viel! Es reicht nicht dafür, einfach nur einen Salat zu essen. Ich brauch die Proteine aus dem Hirn zum Leben. Verstanden? Hm, aber du brauchst doch Vitamine! Aber ich hasse Vitamine, das weißt du doch! Äh... Und außerdem Schubf vom Salat bei Bizeps. Also das weiß doch jeder, Idiot! Oh! Was hast du vor? Ich brauch den Kick! Oh ja, geil! Oh ja! Uh! Ach ja, ich hab übrigens noch ein Halloween-Geschenk für dich unter dem Sofa versteckt! Uh, sag das doch gleich! Hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel Energie dieses Gehirn... Hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel Gehirn... Oh, heiter schon wieder! Hast du auch nur eine Ahnung, wie viel Gehirn dieses... Energie verbraucht! Mann, ey! Alter, hast du... Hast du einfach nur ein... Äh... Hast du einfach nur eine... Hast du auch... Hast du... Ficken! Haha!